Der Zauber, der dem Begriff das Unbekannte inne wohnt und eine ganz bestimmte Art von Menschen, welche von seiner Macht angezogen werden. Man kennt sie auch unter der Bezeichnung Hunter. Die Arbeit eines Hunters ist gefährlich. Das ist ein Beruf, bei dem man jederzeit Gefahr läuft, sein Leben zu verlieren. Ich will diese Arbeit eines Hunters, von der mein Vater so begeistert war, auch versuchen. Ich werde der beste Hunter auf der ganzen Welt. Lasst mich euch erst einmal nach eurem Namen fragen. Ich bin Gon. Mein Name ist Korapika. Ich heiße Leorio. Habt ihr es immer noch nicht begriffen? Eure sogenannte Hunter-Prüfung hat schon lange bekommen. Zur ersten Prüfung werden also alle 404 Kandidaten antreten. Bei dieser Prüfung kann es geschehen, dass sie, wenn sie Pech haben oder wenn ihre Fähigkeiten unzureichend sein sollten, schwer verletzt werden oder im schlimmsten Falle sogar sterben. Nummer 44 hieß sogar der Zauberkünstler. Letztes Jahr galt es als sichere Sache, dass er bestehen würde, bis er einen Prüfer, der ihm nicht passte, fast umgebracht hat. Ich heiße Kilua. Warum willst du eigentlich Hunter werden? Warum ich? Ich will gar nicht unbedingt Hunter werden. Ich dachte nur, es wäre vielleicht ganz amüsant, weil es heißt, dass die Prüfung unglaublich schwierig sei. Und so begann Gons lange Reise, um in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und ein Hunter zu werden. Ich bin nicht mehr so, es wäre vielleicht ganz amüsant, weil es nicht mehr so, es wäre vielleicht ganz amüsant. Ich bin nicht mehr so, es wäre vielleicht ganz amüsant.